Heidi Klum und Tochter Leni bilden das perfekte Mutter-Tochter-Gespann. Doch wie steht es eigentlich um das Verhältnis zwischen der 17-jährigen Leni und ihrem Opa Günther Klum? Nachdem Leni ihre Fans bei ihrem ersten Auftritt auf der About You Fashion Week begeistern konnte, fragten sich viele, warum niemand aus der Familie Klum dabei war. Nicht mal ihre größte Supporterin, Mama Heidi, war mit von der Partie. Gerüchte besagen, es gäbe Streit zwischen Heidi und ihrem Vater Günther, weil dieser die Namensrechte von Leni beantragte. Doch Opa Günther klärt die fehlende Anwesenheit nun auf und beantwortet in einem Instagram-Video alle Fragen. Natürlich wollten wir nach Berlin fliegen, um die Show live vor Ort zu sehen. Doch unsere Kontaktperson hat gesagt, wegen Corona sind keine Gäste willkommen. Das hört sich ganz und gar nicht nach Streit an. Opa Günther scheint vielmehr ein sehr stolzer Opa zu sein.